Minecraft schon mal gezockt. Gut, dann hab ich hier mal ein paar Witze für sie, wa? Okay, warten wir mal. Die Dinger sind im Ofen. Die sind ja noch ein paar... 1-2 Minuten, Basti. Basti, 1-2 Minuten noch. 1-2 Minuten, dann bin ich fertig. So. Halt die Scheiß-Wichser noch hin. Varo bekommt ein Enderman Schaden im Wasser. Hm? Weil er nicht ganz dicht ist... Ja... Jawoll! Ich check den nicht. Was? Weil er nicht dicht ist, läuft er halt... Was macht Steve, wenn er sich fit halten will? Er rennt einmal um den Block! Nein, Basti! Ein Creeper hat mir vor kurzem einen Witz erzählt. Absoluter Knaller gewesen.